Leo Sala ist kein sympathischer Mann. Er ist nicht geduldig, warmherzig oder sonderlich höflich. Doch er ist auch nicht einfach nur ein Pilot. Er ist der CEO von Torchlight International, der weltgrößten Flüchtlingshilfeorganisation. Das Verbindungsstück? Schuld. Lange vor Torchlight war Leo Sala beantwortlich für Flashpoint Armory, einem der besten Waffenhersteller weltweit. Doch dies machte sein Heimatland zum Ziel und Samoa bezahlte den Preis. Torchlight war Leo's Antwort. Auch wenn er mit den Jahren mürrischer wurde, ist er noch immer ein verdammt guter Pilot.